Mein Freund und ich sind beide arbeitslos. Und wir haben ein kleines Kind zu Hause. Ja. Trotzdem sollte ich einen Personalausweis haben von Ihnen. Können Sie nicht einmal noch einen Auge zudrücken? Ich verspreche Ihnen, es ist das erste Mal passiert, ich habe es noch nie gemacht vorher. Und es wird sicher nie mehr passieren, es ist das letzte Mal gewesen. Wenn Sie sich nicht ausweisen, dann... Wenn Sie sich nicht ausweisen, dann muss ich Sie leider verzeigen. Können Sie den Dr. diesen Tisch, weil er sich extra gewünscht? Okay, klar. Was hast du? Es geht doch nicht. Entschuldigen Sie bitte, Enzo ist erst heute ein wenig... Wie sagt man? Indisponiert? Sieh, indisponiert. Sehr indisponiert. Ein wenig Peper? Gerne. Ja, bitte gerne. Danke. Buon appetit. Grazie, Mario. Madonna, was ist denn los mit Enzo? Seit 20 Jahren. Da darf dir sowas nicht passieren. Und du blamierst mich bis auf die Knochen. Ja, jeder macht doch mal einen Fehler. Einen Fehler geschenkt. Aber doch nicht einen nach dem anderen. Danke. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin. Der Wann-Syndrom. Das heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Die Entscheidung liegt bei der Diagnose eine ganz übliche Sache. Die Entscheidung liegt bei dem Kind. Die Entscheidung liegt bei der Diagnose. Die Entscheidung liegt bei der Diagnose eine ganz übliche Sache. Untertitelung des ZDF, 2020